hallo ihr lieben in diesem video habe ich noch einmal zwei karten mit der weihnachtstanze mit dem pullover von action für euch das sind zwei sehr verschiedene ergebnisse geworden obwohl in sehr klassischen farben eigentlich finde ich sie sehr modern und wir schauen uns auch noch einmal an wie stempelfarben auf verschiedenen papieren wirken denn das kann man hier heute sehr schön sehen die motive die hier bei dieser stanz schablone mit dabei sind die gehen ja so in richtung ugly sweater was in england eben sehr populär ist dass man möglichst hässliche weihnachtspullover trägt und hier gibt es ja ebenso einen elch und diesen kleinen schneemann den weihnachtsmann etc pp den weihnachtsmann habe ich mir hier gegriffen wobei ich eben eigentlich finde dass diese motive ja schon einen gewissen liebreiz haben und nicht so wirklich ugly sind aber ich glaube gemeint sind eigentlich eben von der motivlage her diese ugly sweater obwohl man da ja hier eben auch noch so was mit norweger muster machen kann und so ich habe mir hier auf jeden fall den kleinen weihnachtsmann oder eben nikolaus so habe ich ihn interpretiert herausgepickt und ihr seht ich beginne jetzt damit den bart einzufärben und habe mir dafür eine graue stempelfarbe ausgewählt und färbe nur den unteren rand so leicht ein dass es einfach wie so ein kleiner schatten wirkt ja das könnt ihr je nach geschmackslage machen den das könnt ihr euch vielleicht auch schenken ich glaube plastizität ist ja vielleicht eigentlich auch nicht wirklich gefragt wenn man sich überlegt dass das ein strickmotiv ist also diesen schritt könntet ihr auch einfach überspringen als nächstes habe ich mir hier die nikolaus mütze oder weihnachtsmann mütze je nachdem vorgenommen und die färbe ich auch nur partiell ein und nicht vollflächig so wie ich das auch schon bei meinen vorangegangenen videos gemacht habe ja zum einen finde ich geht es schneller und zum anderen ist es eben auch noch mal so eine kleine farbvarianz drin und ich finde das sieht halt interessanter aus und zu dieser mütze das ist jetzt das rote das ist das grundteil da gibt es eben auch noch vorne eine krempe dazu und noch einen bommel das kommt später dieses teil hier hingegen das ist das gesicht des weihnachtsmannes was sich wieder in den bad einfügt ich habe hier so einen hellrosa ton genommen aber an meinem pinsel war irgendwie glaube ich noch so leichtes aprikot naja habe ich gedacht egal fleischfarben am ende passt und jetzt nehme ich mir den pullover vor auf dem ja dieses motiv landen soll und den werde ich mir auch in rot einfärben wie gesagt bei mir soll es irgendwie eine eine nikolaus geschichte werden und das könntet ihr aber natürlich auch in irgendeiner anderen farbe machen ne irgendwie in froschgrün oder so dann würde es wahrscheinlich würde so ein ugly sweater vielleicht eher so etwas ugly werden also hässlich und ich probiere hier an der stelle schon mal ob sich das vielleicht schon ausreichend abhebt aber ich glaube da kann noch ein bisschen mehr farbe drauf und genau das werde ich nämlich jetzt auch machen und einfach noch mal ein bisschen mehr farbe auftragen und ihr seht auch hier mache ich wieder so einen einen leichten ombre farbverlauf von rot nach oben weiß zum einen eben einfach weil es schneller geht und zum anderen aber auch weil ich irgendwie fand dass das noch mal so ein bisschen lebendiger aussieht als wenn man es jetzt ganz in eins macht so und das ganze hier sind ja nur so noch so tolle bündchen dabei das bekommt jetzt noch weiße bündchen am kragen nachher auch noch das habe ich mir jetzt hier für die optik kontrolle quasi geschenkt und ich wollte auch noch diese süßen kleinen gezackten Muster da drauf haben und habe mir das mal so probegelegt und das fand ich tatsächlich sehr hübsch und wollte damit gerne weiterarbeiten nun bekommt der center hier gleich noch ein paar schwarze augen die werden ja wirklich ausgestanzt aber da hatte ich jetzt keinen bock das da rein zu füttern und habe das einfach mit so einem sehr feinen schwarzen fineliner angemalt das ist beim ersten versuch nur so mittelmäßig geglückt da habe ich irgendwo so ein bisschen über gemalt sieht man jetzt hier nicht so direkt aber ich habe es nachher einfach nochmal gemacht weil ich gedacht habe ne also da jetzt lange dran rum zu korrigieren so die bündchen seht ihr klebe ich einfach mit flüssig kleber auf und habe dann aber festgestellt dass diese kleinen zacken da dass mir das zu fummelig ist also ich mache jetzt hier erst einmal noch den center einmal ab auf den bauch in die mitte und dabei überlege ich mir schon wie mache ich das denn nun gleich hier mit den armzacken und ihr seht oben am hals ausschnitt passt ja auch noch mal so ein muster drumrum und da habe ich gedacht ne ich stanze mir das ganze noch mal aus und vorher habe ich mir da doppelseitiges klebeband hinter geklebt und ihr seht das klebt jetzt schon von selber und das kann man jetzt so anbiegen also ihr seht wie ich das hier angeklebt habe auf der einen seite habe ich es fest gedrückt und auf der anderen seite schmiege ich das jetzt quasi einmal so an und das ging dann tatsächlich auch ganz gut weil dieses teil das ist schon sehr fiddlig und sehr klein und na ihr seht jetzt ich habe mir doch auch noch eine zange zur hilfe genommen eine pinzette und damit ließ ich das machen also auf einer seite festmachen und dann in form bringen und sowas mache ich jetzt hier auch mit diesen kleinen teilen hier auf der einen seite erst anlegen und dann das ist ja auch so leicht dehnbar ne dadurch dass das dieses zickzack muster hat und dann kann man es wirklich gut anpassen ich habe mir eben noch eine pinzette da zur hilfe genommen weil das wirklich deutlich einfacher war naja hier ihr seht ne das das ist hier bei mir auch so ein paar mal hin und her gewackelt aber wenn man da einmal den bogen draus raus hat dann geht das total gut also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen fester festgedrückt ich habe erst einmal gedacht nachher passt das nicht aber diese zacken die lassen sich tatsächlich ja so ein bisschen stauchen oder strecken also könnt ihr ruhig auf einer seite festdrücken und dann anpassen und ihr seht ne als ich mich getraut hatte das jetzt einmal einseitig richtig fest zu drücken dann klappt das auch top und genau so mache ich das jetzt auch auf der anderen seite und das war mir wirklich einfach viel lieber mit diesem doppelseitigen klebeband da muss man nicht ewig dran rumtüddeln dass einem der kleber da nicht rausquillt oder dass man da jetzt noch irgendwie schmatter spuren hat und da ist jetzt schon mal mein fertiger pullover und das ganze kommt auf so eine kraft farbige aufleger geschichte hier guckt mal den bommel hatte ich noch vergessen so und als spruch gibt es vom nikolaus das ist wieder aus meinem einem meiner lieblingsstempelsets im rahmen frohes fest von kreativdepot und das kommt jetzt hier so mittig drunter und das möchte ich gern gold embossen da habe ich gedacht dass das sieht bestimmt noch mal nett aus so als als hingucker und dann hat man wirklich so sehr klassische weihnachtsfarben also das mit dem kraft finde ich halt auch irgendwie das ist ja so ja im übertragenen sinne dann der weihnachtsmann sack oder nikolaus sack oder wie auch immer und so ein bisschen gold so ein bisschen rot so ein bisschen weiß sehr klassisch ziemlich niedlich aber irgendwie also ich habe mich auch gefragt warum habe ich eigentlich keinen ugly sweater gemacht vielleicht kann ich gar nicht ugly oder so ich weiß es nicht vielleicht sollte ich auch noch mal eins dann richtig ugly machen mal gucken so das ganze ist jetzt schon gold embossed und geföhnt aber es geht noch weiter auch das ist jetzt wieder so optional je nachdem wie ihr so zeitlich drauf seid und wie ihr so lust habt rumzutüdeln ich habe mir eine stempelfarbe genommen in farbe des hintergrunds das ist also auch so ein heller beige ton und wieder mein vom nikolaus diesmal auf einen acrylblock gezogen und jetzt setze ich quasi die reihe fort und stempel mir einen hintergrund der aber sehr subtil ist also wo dann eben die ganze zeit immer steht vom nikolaus vom nikolaus und das stempel ich aber freihand so so rum geht das irgendwie einfacher weil man da nicht mit der kante zu kämpfen hat und jetzt stempel ich das so ein bisschen versetzt ihr seht wie ich das machen also bis überlappt am rand immer mal und oben drüber setze ich gleich auch noch eine reihe und das ist immer so dass das wieder so ja wie so eine steinreihe quasi wie so ein mauerwerk versetzt ist und ich mache es nicht bis ganz oben sondern nur so halbe höhe ich habe gedacht das reicht auch aber das einfach dass dieser goldene schriftzug so ein bisschen in der mitte ist von von diesem vom nikolaus die sind auch nicht alle tipptopp geworden beim stempeln da ist so ein bisschen mehr stempelfarbe irgendwie herangeschmattert hier an der seite weiß ich auch nicht woher das nun kam aber ich habe es so gelassen das ist so subtil und ich glaube also ein bruchteil der empfänger wird das sicherlich sehen und ansonsten sage ich mir immer hey es ist mit lieber hand gemacht also das hättest du halt bei einer industrie karte nicht so ich habe mir jetzt hier noch einmal mit einer ecken abrundungs stanze die ecken gerundet weil ich das irgendwie gedacht habe dass das noch mal für diese eher einfache karte vielleicht noch so ein kleiner hingucker ist und mache das auch bei der klappkarte dann passt sich das hier irgendwie so ein bisschen an fand ich irgendwie hier zu diesem flauschigen pulli irgendwie so ein bisschen bisschen flauschige ecke sage ich mal fand ich jetzt irgendwie ganz nett und klebe mir das jetzt mit foam tape auf das könnt ihr natürlich komplett sein lassen wenn ihr das ganze verschicken wollt als weihnachtskarte mit einem ganz anderen spruch natürlich vielleicht aber ich habe jetzt gedacht naja zum nikolaus so das steckt man ja vielleicht irgendwem auch in den stiefel oder keine ahnung was da habe ich gedacht da kann jetzt ruhig ein bisschen bisschen form tape drunter aber ansonsten wenn wenn ihr aufs porto achten wollt dann könntet ihr eben genauso gut auf das form tape verzichten den pulli den doppel ich auch noch mal auf mit form tape auch wie gesagt das optional je nachdem wie es bei euch so passt zum versenden oder nicht könnt ihr sonst auch wenn ihr mehrere davon machen wollt euch überlegen ob ihr ein muster macht und das dann mal durch messt und wiegt wie das so ist genau und das ist mein fertiges exemplar ugly sweater wie gesagt ich finde ihn eigentlich nicht ugly ich finde ihn sehr liebreizend vielleicht mache ich wirklich noch mal eine ugly version mal gucken wie ich so drauf bin und was so noch kommt aber diese karte finde ich auf jeden fall schon mal recht hübsch geworden und sehr ansprechend und ja vielleicht kriegen das auch einige leute von mir zu weihnachten muss ich mal gucken finde ich auf jeden fall erst mal gelungen und ja bin ich zufrieden mit für karte nummer zwei die würde ich sagen deutlich schneller ist habe ich mir auch dieses santa oder nikolaus thema wieder genommen und nehme mir erst einmal hier ein weißes stück cardstock und genau diese eine kleine stanze und davon auch nur die oberen teile nämlich die schnalle und die knöpfe unten hier diesen diese zacken und den gürtel da das nehme ich mir nicht sondern nur die schnalle und den gürtel und die habe ich mir nämlich in gold ausgestanzt und der rest von nikolaus der passiert hier auf diesem weißen stück cardstock dazu nehme ich mir wieder einen kräftig roten ton und da machen wir jetzt nämlich die robe die da wird quasi das ganze stück cardstock ich fange wieder von unten an und trage meine farbe auf ruhig in kräftiger intensität unten und ich arbeite mich so v förmig nach oben dass ihr quasi immer so ein weißes v in etwa stehen habt nach oben denn das wird quasi in gedanken der bart von santa den wir gar nicht näher definieren das läuft so ein bisschen flauschig aus aber das könnte halt entweder könnte das der pelz besatz von von seiner robe sein oder vielleicht auch der weiße bart der so latent ins bild hängt wie auch immer und ihr seht ich gebe da schon ordentlich farbe drauf bis es mir halt gefallen hat dass es eben nicht so rosa aussieht sondern ja schon schon richtig ordentlich weihnachtsrot und jetzt seht ihr wo die reise hingeht ich habe mir einen schwarzen streifen papier aus meiner restekiste genommen der zufällig genau auf meine schnalle passte und habe mir diese drei knöpfchen ausgestanzt zusammen mit der schnalle und die kommen da jetzt mittig drauf jetzt gibt es noch einen spruch und da habe ich hier mal so ein bisschen rumprobiert das hier ist irgendwie von danny pois ich glaube das heißt 13 mal weihnachten oder so und da könnte man jetzt natürlich hier oben einen spruch vielleicht machen in den kragen schrägstrich bart wie auch immer in diese weiße geschichte das fand ich dann aber irgendwie nicht so gut und habe gedacht nee das ist vielleicht besser wenn man hier dieses kleine frohe weihnachten nimmt und das hier direkt neben die schnalle macht denn dann hat man so den den hingucker vielleicht eher erst unten mit frohe weihnachten und oben also wenn man sich vorstellt der blick der schweift so ein bisschen runter irgendwie fand ich das ja fand ich irgendwie spannender als das andere so und das ganze werde ich mir jetzt auch gold im bossen und naja ich hätte mir das jetzt auch könnt euch das ihr müsst euch das nicht auf so einen schnibbeligen kleinen streifen hier im bossen ihr könnt das auch auf ein größeres stück machen und schneidet euch das dann aus in der passenden breite dann könnt ihr auch noch mal anpassen wie das so ist wo euer stempel ist also ich wollte sagen dass ein bisschen einfacher das dann zu machen aber das hat jetzt bei mir auch hingehauen und das föhnen das zeige ich hier nicht irgendwie und das ist mein fertiges resultat das passt da super hin die schnalle kommt da noch gleich hin und ich fand aber die knöpfchen zu klein und jetzt habe ich die knöpfchen noch ein bisschen aufgedoppelt da habe ich mir irgendeine kreis stanze gesucht hier in diesem set zum beispiel ist was dabei ich wusste jetzt nicht ob ich vielleicht auch schwarze knöpfe mag oder so und jetzt habe ich mir diese drei noch mal von diesen großen kreisen die ich euch gerade gezeigt habe ausgestanzt die sind so ein kleines stückchen größer als die goldenen knöpfe und da klebe ich gleich die goldenen knöpfe drauf denn dann verliere ich in dieses genähte nicht diese wirkliche knopf optik und die knöpfe können ja auch irgendwie noch einen rand haben oder so sieht das dann nachher aus als ob die knöpfe weiter am rand hätten und also ich fand das irgendwie zu der größe des restlichen weihnachtsmannes stimmiger also die die schnalle ist ja schon sehr schlank an der können wir jetzt nicht so wahnsinnig viel machen und ja dann habe ich das ganze auch wieder mit foam tape aufgedoppelt weil ich gedacht habe naja ist ja ist ja sonst ansonsten wirklich eine sehr schlichte karte aber auch das könntet ihr euch schenken und das glatt aufkleben ohne abstand meinen kleinen streifen klebe ich auch ebenfalls mit klebeband auf weil ich eben sorge hatte dass ich da wieder rechts und links was rausquellen habe und so und naja das hätte man vielleicht auch machen können bevor man dieses ganze rote teil aufklebt meine schnalle ist jetzt auch nicht ganz in der mitte fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm irgendwie der bart ist jetzt auch nicht super symmetrisch und naja ich rücke jetzt hier noch so ein bisschen hin und her und ob die knöpfchen ganz symmetrisch sozusagen über der schnalle sitzen oder nicht da könnt ihr ja auch bei euch mal rum experimentieren auf jeden fall geht dieses kärtchen sehr sehr schnell und ist trotzdem weihnachtlich und man muss auch überschaubar viel stanzen also wenn ihr denkt so diese ganze stanzerei und so sind überschaubar viel kleinteile dabei und ich finde sie wirklich auch sehr ansprechend finde sie toll mit diesem weihnachtsmann also ich sehe den das sehe das irgendwie als bad wie seht ihr das ich finde der das hat man kann sich so richtig vorstellen dass es irgendwie so ein unscharfer flauschiger badrand ist naja genau und ansonsten muss ich sagen gefällt mir die karte sehr gut und sie war sehr schnell gemacht und das ist auf jeden fall für für schnelle optionen auch ein wunderbarer hingucker und obwohl kein stern oder irgendwas die ganze optik hier ziert nun eindeutig weihnachtlich oder was meint ihr und jetzt schauen wir uns doch einmal die beiden rot töne an das war beides genau diese stempelfarbe und ihr seht auch im video wie unterschiedlich die beiden wirken es sind nämlich unterschiedliche sorten papier der auf der rechten seite hier wird viel wärmer während dieser hier eher kühler und so fast schon so ja so einen leichten pink ton hat ja nicht wirklich aber ich glaube ihr seht was ich meine dass der linke auf jeden fall kühler ist und der linke ist nämlich auf neutral weißem kopier papier gemacht und der andere auf weißem papier aus dem action 3 farb block der so leicht off-white ist also seid auch immer auf der hut oder seid euch gewahr dass die gleiche farbe auf verschiedenem papier sehr verschieden wirken kann das ist hier jedenfalls noch mal ein eindrückliches beispiel und wenn ihr sozusagen da bei euch überlegt so mein farbton stimmt nicht ganz oder so probiert es einfach mal mit einem anderen papier vielleicht habt ihr dann schon den perfekten farbton parat auch ohne unendlich viele stempelfarben damit sind wir auch schon wieder am ende des videos angelangt ich hoffe meine ideen haben euch gefallen sie sind zumindest überschaubar vom zeitaufwand und naja karte nummero zwei ist nun wirklich flugs gemacht und trotzdem ein hingucker apropos hingucker ich überlege ob ich mal meine thumbnails verändere ich habe das schon einmal probiert ich glaube viele von euch finden mich dann gar nicht ich muss mal gucken ich habe einfach mal lust auf was neues und werde mal schauen was ich da irgendwie mal zaubern kann und seid vielleicht mal auf der suche nach nach einer anderen optik wenn ihr nach mir sucht oder abonniert mich oder aktiviert das glöckchen dann verpasst ihr nix wie auch immer genau das noch mal so als kleinen anmerker am rande wie gesagt ich bin da gerade in so einer experimentierphase und habe auch mir gerade so ein bisschen was mit anderen hintergründen noch zugelegt und so und habe da gerade irgendwie lust so ein bisschen rum zu probieren also seid gespannt ich bin es auch ich weiß nämlich noch nicht wohin die reise geht und lieben dank fürs zuschauen euch und ich sage viel spaß beim basteln und tschüss bis demnächst bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten